Herzlich Willkommen zu diesem Video, mein Name ist Christoph Sehring und ich stelle euch heute mal die Windows Karten-App vor. Ich habe mir die Karten-App schon hier in mein Startmenü verknüpft. Das Bild sieht so aus. Auf manchen Systemen ist noch die alte Karten-App zu finden. Ich gehe mal in den Store, um das mal zu zeigen. Wenn man hier einfach auf Karten klickt und dann sieht man das. Das ist im Prinzip die alte Windows Karten-App, die in Windows 8 enthalten war und auch nach Upgrades auf einigen Windows 10 Versionen. Das ist die neue. Beide sind kostenlos. Wir beziehen uns jetzt natürlich auf diese Karten-App. Die lässt sich ohne eine Microsoft Live Konto-Anmeldung aus dem App Store installieren, falls die nicht installiert ist. Falls Sie aufgefordert werden, ein Microsoft Live Konto einzugeben und Sie möchten das nicht, können Sie das einfach mit oben auf das X abbrechen und dann installiert das ohne Probleme. Obligatorisch, wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann abonniert bitte meinen Channel und dann würde ich sagen, beginnen wir einfach mal. Ich starte jetzt die App und bei den meisten sollte die dann so aussehen. Die kann auch ein bisschen kleiner sein. Da sind die Menüpunkte natürlich hier unten. Wir machen jetzt mal ein Vollbild oder ein Vollbild und wir schauen uns einfach mal jetzt die einfachen verschiedenen Funktionen an. Die App kann relativ viel. Basiert im Prinzip auf Bing Maps bzw. hier. Also es ist eine Kooperation zwischen hier und Microsoft. Die Webseite Bing Maps oder die Map da drauf, die ist ziemlich ähnlich, außer ein paar Kleinigkeiten fehlen dort, aber das Kartenmaterial und die ganzen Logiken sind im Prinzip gleichwertig. Der Vorteil beim Nutzen dieser Karten-App ist, dass man die Karten auch lokal speichern kann. Das heißt, man braucht keine Internetverbindung, um zumindest die meisten Funktionen der Karten-App zu nutzen. Um sich jetzt Karten lokal zu installieren, also das heißt, man kann sich für jedes Land oder für alle möglichen Länder, kann man sich die Karte lokal ziehen, muss nicht alle oder die ganze Welt sozusagen. Da gibt es dann sozusagen hier in den Einstellungen die Möglichkeit, Offline-Karten auszuwählen. Man kann auch hier in den Windows-Einstellungen Karten für die Offline-Anwendung herunterladen. Das ist im Prinzip genau das Gleiche. Also es basiert alles auf diesen Karten. Der Vorteil von diesen Sachen ist, dass natürlich Entwickler auch in ihren eigenen Applikationen über API-Schnittstellen auf dieses Kartenmaterial zugreifen können. Wir installieren einfach mal jetzt zum Beispiel, gehen wir mal auf Europa und wir möchten natürlich Deutschland haben und nehmen alle Regionen. Dauert ein paar Sekunden und wir können ja trotzdem mal weitermachen erstmal. Achso, was ich noch nicht gezeigt habe, ist, hier unten natürlich, bevor man die erste Karte herunterlädt, kann man den Speicherort, also das heißt, es wird das Standardlaufwerk, wo Daten installiert werden, kann man die auswählen. Und man kann natürlich auch hier einstellen, ob die Aktualisierung der Karten bei getakteten Verbindungen auch geschehen soll. Das heißt, wenn man im Prinzip über sein Handy die Karten oder sein LTE-Kontingent, die Karten nicht aktualisieren möchte und natürlich, ob die Karten automatisch aktualisiert werden sollen, kann man hier abschalten. So, dann sind wir sowieso schon gleich mal hier in den Einstellungen. Hier kann man sich natürlich einstellen, in welchen Einheiten man arbeiten will. Bei uns wird das Meter und Kilometer sein. Es gibt natürlich auch Fuß und Meilen und dann noch Yards und Meilen für die, die es brauchen. So, bevorzugtes Verkehrsmittel, das ist dann später, wenn wir zum Beispiel uns Routen berechnen lassen oder wir sozusagen Navigation nutzen möchten, dann haben wir hier natürlich die Möglichkeit voreinzustellen, was nach welchen Routen standardmäßig gesucht werden sollen. Und Navigationsdesign ist jetzt auch neu, da kann man halt sagen, Tag, Nacht, also das heißt, ein dunkles Layout, ein helles Layout oder halt automatisch, dann geht es nach der Tageszeit. Lautstärke der Stimme, das ist dann bei der Navigation wichtig. Und Sprachnavigation, Bluetooth, das heißt, wenn man Bluetooth ZZ hat, dann kann man das natürlich dafür nutzen. So, Geschwindigkeitsüberschreitung funktioniert bei der Navigation auch. Und dann haben wir Transit-Benachrichtigungen, ja, das habe ich noch nicht getestet, also was da, was da jetzt genau dann gemeldet wird. Dann natürlich Karten-Design, hell-dunkel, standardmäßig, was man haben will. Ob Hausnummern angezeigt werden sollen und ob sich die Suche, die man hat, gemerkt werden soll oder nicht, kann man hier einstellen. Dann natürlich noch erleichterte Bedienung für kleinere Bildschirme. Das heißt, da werden halt die ganzen Elemente und Bedienelemente werden optimal angepasst. So, gehen wir mal auf die Karte zurück. Wie man das kennt, halt Google Maps, Bing Maps und auch andere Kartendienste kann man hier natürlich erst mal nach einem Ort suchen. Also, ich nehme jetzt wie immer Bautzen und wir sehen, hier habe ich schon ein bisschen gemalt. Moment, das entfernen wir jetzt mal. Erklare ich gleich alles. So, wir sind jetzt hier im Bautzen und haben jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, hier eine schräge Ansicht zu machen, eine aufrechte Ansicht zu machen. Man kann das auch ein wenig stufenmäßig machen. Das heißt, dass die Schräge sozusagen in mehreren Schritten eingestellt wird. Und wir können hier natürlich drehen, die ganze Karte. Und wir können im Prinzip hier unseren Standort anzeigen lassen. Geht bei mir natürlich jetzt nicht, weil ich jetzt kein GPS-Signal anliegen habe und ich auch keine datenschutztechnischen Einstellungen gesetzt habe, dass die Karten-App meinen Standort automatisch ermitteln darf. So, dann haben wir hier obligatorisch noch das Plus und das Minus für rein und heraus zoomen. So, soweit ist es ja erst mal gleich, wie es in den meisten sozusagen Karten-Apps ist. So, dann haben wir, ich habe ja jetzt hier nach Bautzen gesucht, hat es natürlich Bautzener Mitte gesucht. Und dann sehen wir hier oben, dass wir hier einen Tab dazu bekommen haben und unterhalb dieses Tabs haben wir hier dieses Feld. Das heißt, wir könnten jetzt hier eine Wegbeschreibung, ist natürlich noch Quatsch, weil wir ja keinen Start- und keinen Zielort angegeben haben. Dann haben wir hier die Möglichkeit, den Ort in einer Liste zu speichern. Das heißt, wir haben hier mehrere Felder. Dieses Feld gibt es nur einmal. Das heißt, in diesem Feld kann man angeben, was die eigene Privatadresse ist. Nütze ich nicht. Das ist der Punkt, wo die eigene, sozusagen, wo die Arbeitsstelle ist. Und danach sind diese zwei Menüpunkte, bis man sozusagen den Eintrag da löscht, nicht mehr neu befüllbar. So, man kann hier natürlich eine neue Sammlung anfangen. Machen wir mal einfach Test und kann noch eine kleine Beschreibung dazu machen. Und dann kann man noch bestimmen, ob die Privat ist. Das ist, wenn man dann zum Beispiel bestimmte Sachen teilt mit anderen. Das heißt, wenn man mit einem Microsoft Live-Konto angemeldet ist, kann man bestimmte Inhalte an andere teilen. So, und um das, dass es nicht auszusehen passiert, dass alles irgendwo veröffentlicht wird, kann man das sozusagen sich selber schützen davor. So, machen wir mal speichern. So, dann sehen wir hier unten schon verschiedene Punkte, was man hier so nutzen kann. Also zum Beispiel ich will alle Restaurants in der Nähe haben. So, zeigt er ja sehr schön an. Und wir könnten jetzt sagen, von der Mitte, Woutzen, wollen wir jetzt eine Wegbeschreibung von da haben. Ausgangspunkt ist jetzt, Woutzen ist natürlich Quatsch. So, das heißt, er hat jetzt hier uns eine Wegbeschreibung gezeigt. Wir können jetzt natürlich sagen, wir wollen zu Fuß gehen. Oder wir wollen mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Ist natürlich totaler Quatsch jetzt in dem Fall. Kommt nichts vernünftiges raus. Also ich glaube, zu Fuß sind wir schneller. So, und dann können wir natürlich, wenn wir das möchten, auch dahin navigieren. Auf geht's. So, großes Pech. Ich habe kein GPS. Deshalb kann er jetzt natürlich meinen Standort nicht ermitteln. Aber wenn man jetzt, sag ich mal, man ist mit dem Tablet unterwegs, könnte man sich hier an der, sag ich mal, Linie lang hangeln, wo es lang geht. Wir haben natürlich, wir gehen jetzt mal zurück, zurück, ja, Navigation beenden. Also das Zurück habe ich mit Escape einfach gemacht. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, die Ansicht auf eine Luftbildaufnahme zu machen. In manchen Städten kann man auch schräg dann drauf schauen und hat eine 3D-Ansicht. Bautzen ist diesbezüglich leider noch nicht so gut bestückt. Wir könnten jetzt zum Beispiel mal sagen, wir suchen mal Berlin. Und dann können wir hier zum Beispiel auch, jetzt muss ich mal schauen, zum Beispiel in Berlin können wir auch in eine Schrägansicht gehen. Das ist aber nur ein errechnetes Bild. Das ist nicht wie bei Google Street Maps, dass da jetzt irgendwelche Fahrzeuge rumgefahren sind und aufgenommen haben. Das wurde halt einfach über verschiedene Satellitenfotos interpoliert. Funktioniert aber nicht für alle Städte. Also zum Beispiel in Bautzen gibt es nicht die Möglichkeit. Da wird, wenn ich jetzt hier reingehe und ich mache eine Schrägansicht, wird nur das Satellitenfoto von oben schräg verzerrt dargestellt. Das heißt, es ist nicht in 3D erfasst, Bautzen. Leider. So, wir wechseln mal jetzt wieder auf die Kartenansicht und gehen mal wieder auf die Ansicht von oben. Und dann erkläre ich erst mal noch so ein paar andere Funktionen. Also, wir haben ja hier die Möglichkeit, zum Beispiel auch den Verkehr einzublenden. Das heißt, für die zumindest wichtigsten Straßen, wo es öffentliche Daten gibt, kann man sich anzeigen lassen, wie die Verkehrsströme sind. Das heißt, hier die großen Straßen in Bautzen sind ganz okay. Hier sehen wir zum Beispiel, ist eine Sperrung und hier ist zähflässiger Verkehr wegen einer Baustelle. Und wir können das gleich eher mal in Berlin noch mal zeigen. Da sehen wir jetzt auch, ich mache mal ein bisschen größer, wo es halt die wichtigsten Probleme gibt, sozusagen verkehrstechnisch. Dann haben wir hier noch, wo es Störungen gibt. Das heißt, dann werden hier zum Beispiel die Baustellensymbole eingeblendet oder halt irgendwelche Sperrungen sozusagen angezeigt. Und hier mit diesem Knopf kann man öffentliche Verkehrskameras einblenden lassen oder auch nicht. Das ist aber leider wahrscheinlich in Europa jetzt nicht mehr ganz so, also zumindest habe ich keine Kamera gefunden, die hier funktioniert. Wahrscheinlich aus DSGVO-Gründen. Da kann man live sozusagen den Verkehr von öffentlichen Verkehrskameras anschauen. Streetside funktioniert hier in Europa. Zumindest habe ich das in keinen Städten oder keine Städte bis jetzt gefunden, wo das funktioniert. Da würde man in dem oberen Bereich immer, wenn man irgendwas anklickt, Fotos haben von irgendeiner Straßenansicht. Da sind die leider noch wahrscheinlich nicht so weit bei uns. Und dann haben wir, also das heißt, gehen wir aus. Und Windows-Ink-Anzeige, das ist dann, wenn man die Tablet-Modus-Funktion mitnützen möchte. So, wir können ja, also wir sind jetzt hier, hat er den Punkt auch irgendwo in der Mitte von Berlin gesetzt, haben wir auch wieder die Möglichkeiten Restaurants, Sehenswürdigkeiten, Einkaufszentren, Hotels, Banken und Krankenhäuser oder halt Parkplätze. Parkplätze sind immer interessant und kann man sich dann sozusagen anzeigen lassen. Wie gesagt, auch ganz einfach eine Wegbeschreibung zu bekommen von dem aktuellen Standort, den man gerade ist, indem man hier drauf, also das heißt, ich könnte jetzt meinen Standort nehmen, wenn wir GPS hätten oder wir sagen, ich möchte jetzt aus Bautzen zum Zobogen fahren. Dann lasse ich mir die Wegbeschreibung ausgeben. So, da gibt es diese verschiedenen Möglichkeiten. Also, ich werde bestimmt nicht über Leipzig nach Berlin fahren. Und hier gibt es halt dann die verschiedenen Routen und man kann sich halt die Zeit mit anzeigen lassen. Und man könnte jetzt auch sagen, ich will mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Mal sehen, was da kommt. Also, ich glaube, mit dem Auto, wenn ich keine Zeit habe, bin ich ein bisschen schneller. Aber wenn man es halt ein bisschen gemütlicher hat, kann man auch mit der Bahn fahren. So, und zu Fuß hat es keinen Sinn. So, natürlich gerade bei den öffentlichen Verkehrsmitteln ist es manchmal auch interessant, wenn man plant, anzugeben, wann man losfahren will oder wann will man da sein. Gut, bei Autofahrt ist auch Ankunft eventuell interessant. Das kann man sich dann hier einstellen, sozusagen. Wann will ich abfahren und wann will ich dort sein? Das ist gerade bei öffentlichen Verkehrsmitteln manchmal sehr nützlich, da die ja nicht zu jeder Zeit verfügbar sind. So, dann können wir hier noch Routenoptimierungen machen. Das heißt, beste Route, Route mit den wenigsten Umstiegen, kürzeste Reisezeit. Also, das wäre wieder bei der Bahn und das wäre halt bei Auto auch eventuell. So, das sind jetzt erstmal so diese Standardgeschichten, die so ziemlich auf, sag ich mal, jeder Map funktionieren. Und jetzt haben wir halt noch ein paar schicke zusätzliche Sachen. Das heißt, wir gehen jetzt mal einfach hier ein bisschen nach Berlin rein oder wir machen das mal anders. Wir wollen jetzt zum Beispiel navigieren. Also, ich gehe mal doch ein bisschen rein. So, das heißt, ich möchte jetzt zum Beispiel von hier, warum auch immer, das heißt Wegbeschreibung von hier. Und dann gehen wir einfach mit der Maus und der rechten Maustaste hierher und sagen, ich will Wegbeschreibung hierher. Und wir haben gesehen, das hat oben die Angaben schon befüllt. Und dann rufen wir das mal einfach ab. So, es gibt viele Möglichkeiten. Dann öffentliche Verkehrsmittel. Das sieht schon besser aus als mit dem Auto. Ja, und zu Fuß, das dauert ein Beispiel. Okay. So, dann gibt es noch eine Funktion. Also, das heißt, wir haben hier so ein, äh, das Windows-Inc-Symbolleiste. Und dann wollen wir das einfach mit der Hand einzeichnen. Das heißt, ich will von hier, 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 hier. Und dann hat es mir die Möglichkeiten, wie ich da hinkomme, äh, ausgerechnet. Dauert manchmal ein bisschen. Zu Fuß gibt es da wahrscheinlich drei Millionen mehr Varianten. Oh, da hat er ein bisschen zu kauen. Okay. So. Dann machen wir das mal mit den Wegbeschreibungen weg. Also, wir können das hier oben einfach die Tabs löschen. Das ist immer das Schöne. Man kann halt so schön springen. Und jetzt gibt es noch weitere. Also, das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit hier, wie wir das schon von einigen anderen Apps kennen, auf dem, äh, sag ich mal, auf der Arbeitsfläche ein bisschen rumzukritzeln. Das heißt, einfach hier ein paar Linien einzumalen. So. Und das ist aber noch ein bisschen sinnfrei, äh, weil das ja immer Freihand ist. Eventuell möchte man ja die Linien auch gerade haben. Dann gibt es hier hinten die Möglichkeit, das Lineal zu öffnen. Das kennen wir ja auch schon aus einigen anderen. Das kann man hier so frei verschieben, auf der Fläche. Und mit der, äh, Maus-Scroll, also mit der mittleren Scroll-Taste, kann man das natürlich auch drehen. Und wenn man das dann hier so ein bisschen ansetzt, und dann den Stift nimmt, und an der, an der Kante zieht, das war jetzt ein bisschen nicht gelungen. Moment. Löschen wir nochmal weg. Also, Sie haben gesehen, hier oben ist, äh, im Prinzip der, man kann alles löschen, was auf der Karte ist, oder halt einzeln dann die Elemente. So, jetzt gehen wir nochmal auf den Stift, und jetzt sagen wir, jetzt möchte ich hier eine gerade Linie haben. Das heißt, da muss man nicht genau auf der Linie sein, sondern zieht einfach an der Kante entlang. So, das ist ja, äh, schön. Da kann man jetzt sich hier den ganzen, äh, die ganze Fläche vollmalen, mit irgendwelchen Strichen und anderen Sachen. Und, weiß ich nicht, für irgendeine Planung, die man mal machen möchte, oder man braucht irgendwie eine Markierung von irgendwas. So, jetzt gibt es aber noch eine schöne zweite Funktion, und zwar gibt es hier zum Beispiel Entfernungen messen. Das heißt, man kann das auch wieder, äh, schön freie Hand machen, oder wenn man halt einen Stift hat, äh, und irgendein, äh, Gerät, mit dem man, äh, Stifteingabe nutzen kann, dann kann man einfach freie Hand an die Linie ziehen. Mit einem Haus gelingt mir das nicht. Sehen wir jetzt hier 1,4 Kilometer, zum Beispiel. Oder halt hier, ich will das wissen, wie viel ist das? Ja, das sind 3,5 Kilometer. Oder ich will einmal um den Block laufen, dann kann ich ungefähr mir das ausrechnen, wie viel Kilometer sind, das 7 Kilometer. So, und auch hier funktioniert das mit dem Lineal. Das heißt, wir ziehen einfach an der Kante und sehen, und so kann man sich zum Beispiel irgendwelche Entfernungsmarkierungen, und ich nütze das zum Beispiel, um WLAN-Entfernungen, äh, für Richtfunk, äh, oder, oder, Richtfunk-WLANs, äh, äh, zu messen, wie viel Kilometer sind das teilweise, von, äh, Sendemast zu Sendemast. Äh, dafür finde ich das ganz praktisch. So, wir haben ja jetzt, ähm, ähm, schon, äh, einige Sachen gesucht. Wir haben Abstände, äh, gemessen und Linien gezogen, und jetzt möchte man ja sicherlich auch hier oder da mal eine kleine Planung, äh, äh, machen für eine Reise oder zum Beispiel einen Stadtbesuch oder irgendetwas anderes. Äh, dafür lösche ich erst mal alles, was ich, äh, äh, bei mir auf der Karte jetzt, äh, gemalt habe. Das heißt, wird jetzt komplett entfernt. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ich will jetzt Berlin Fernsee, oh, sollte man auch mal richtig schreiben, Fernsee Turm zum Beispiel. So, da gehe ich jetzt hier hin. So, ich möchte den jetzt besuchen und jetzt will ich den, ähm, natürlich auch in meiner, will ich, äh, die Planung ja irgendwie speichern. Das heißt, ich mache jetzt erst mal, gehe hier auf Speichern und, äh, würde jetzt dafür zum Beispiel eine neue Sammlung anfangen. So, die nenne ich jetzt einfach mal Berlin Besuch. So, Speichern. Hier kann man auch anklicken, ob man, ob es eine private Sammlung sein kann, äh, sein soll. Äh, dann kann man, dann schützt man sozusagen diese Sammlung davor, dass man die ausversehen mit anderen, äh, teilt. Speichern. So, jetzt möchten wir zum Beispiel hier in der Nähe ein, ähm, ein Hotel, weil wir da zu Fuß, äh, übernachten wollen. Das heißt, wir schauen jetzt erst mal hier, was gibt es da für Hotels. Und da sehen wir hier schon die ganzen Punkte und wir sehen, äh, ja, also wir haben es ja ein bisschen und, äh, da werden wir mal hier übernachten. So, da können wir den auch gleich speichern. Berlin Besuch, sehen wir jetzt hier unten, ist es schon drin. So, da ist es da gespeichert. So, und wir sehen, die sind jetzt hier, äh, markiert in, sagen wir mal, der ist weiß und der jeweilig aktive ist, äh, grad blau. So, jetzt wollen wir noch ein paar Mal, wir wollen noch mal, äh, zu einer Bank gehen. So, Berliner Sparkasse, das passt. Wir sind ja auch bei der Sparkasse. So, das heißt, ich klicke die mal jetzt hier an. Oder klicke die hier an und sage hier, speichern auch in meinem Berlin Besuch. Und jetzt wollen wir natürlich noch, äh, in ein Restaurant. Da soll auch noch zu Fuß erreichbar sein. Und, ups, da haben wir noch den Stift an. Na, das will ich jetzt nicht. Läschen wir mal jetzt raus. Das ist weg. So, und wir haben jetzt hier unsere drei Punkte. Das hätten die auch leider ein bisschen, äh, schöner machen können. Das ist ein bisschen unauf, äh, Und dann sehen wir hier, äh, das sieht man natürlich nicht, weil wir haben ja hier auch noch ein Restaurant. die jene, finde ich hier gar nicht. Hofbräuhaus. Das scheint natürlich, wahrscheinlich nicht richtig verknüpft zu sein. Achso, wir hatten ja Hotels gesucht. ich wollte, nee, Restaurants, ich wollte, nee, Restaurants, also sind auf jeden Fall nicht alle verknüpft, dass ein Restaurant ist, nicht gleich Restaurant, wie es aussieht. Könnte man jetzt aber sozusagen auch diesen, ähm, auswählen. Oder, wir sehen ja hier die entsprechenden Einträge, wo wir sehen, das ist eine, ein Steakhaus zum Beispiel. Wir haben ja auch Telefonnummern, alles, damit man, äh, noch ein bisschen, äh, sich mehr informieren kann. Und wir speichern das jetzt auch mal in unseren Berlin-Besuch. So. Und nun hat man ja, hätten wir die Möglichkeit mit dem Ja, natürlich hier die Entfernungen zu messen und wie man von wo nach wo kommt. Ähm, aber wir sehen ja, also wir können ja jetzt mal hier auf unser Ink gehen und dann gehen wir hier mal drauf und dann sagen wir, wenn wir jetzt vom Berliner Fernseeturm da rüber möchten, nee, Ink war jetzt falsch, sondern wir wollen uns ja navigieren. Das heißt, wir gehen von hier nach hier und wir wollen zu Fuß gehen. So. Da sehen wir, wir brauchen 6 Minuten zu Fuß und das sind ungefähr 650 Meter. So. Und so kann man sich, äh, sozusagen auch abschätzen, wie viel Zeit man braucht und, äh, wie viel man für was einplanen sollte äh, gerade wenn es da ein bisschen die größeren Entfernungen sind, wenn man doch öffentliche Verkehrsmittel nutzen muss. Hier hat das jetzt keinen Sinn wahrscheinlich. Aber wenn man sagt, man muss jetzt von einer Seite von Berlin zur anderen Seite, äh, zu Berlin und hat hier einen Termin und dort einen Termin und dort einen Termin. Äh, da ist es manchmal doch recht günstig, sich das so hier mal zusammen zu planen, dass man ungefähr weiß, äh, wie viel Zeit man denn zwischen den jeweiligen Standorten braucht, damit man dann sozusagen die entsprechende Terminvereinbarung machen könnte. So. Ich hoffe, das reicht jetzt erstmal. Ich will das jetzt nicht, gar nicht, äh, großartig vertiefen, weil es sind noch viele, viele andere Kleinigkeiten, äh, die man hier zeigen könnte. Aber, äh, wer versucht, der gewinnt, wie man so sagt. Äh, und das Video würde sonst an, einfach zu lang werden. Ich hoffe, ich habe euch wieder einen kleinen Hinweis, oder Tipp gegeben, wie man, äh, sag ich mal, Windows besser nutzt, oder das, was Windows bietet, einfach besser nutzen kann. Und, äh, bitte abonniert meinen Channel. Äh, demnächst gibt es wieder mal ein Video. Und ich denke mal, ich werde da wieder eine ganz interessante App heraussuchen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne nächste Woche. Und ich hoffe, mit ein bisschen Sonnenschein und nicht gleich 40 Grad im Schatten. Bis bald.